Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen, die heute bei der Temperatur sich die Zeit nehmen über Datenschutz, über Geschäftsgeheimnis, Gesetze und sonstige Dinge, sich eine halbe, dreiviertel Stunde was anzuhören. Ich grüße Sie alle. Teilnehmen wird von unserer Seite Rolf-Udo Gilbert, das ist meine Person und Frank Heune. Wir wechseln uns ab in der Präsentation und Sie können auch teilnehmen, indem Sie Fragen im Chat stellen, die wir dann am Ende der Präsentation beantworten. Sie bekommen nach dem Webinar eine Mail, wo ein Link drauf ist, wo Sie dann auch noch die Präsentation sich übers Web angucken können. Also Informationen genug und wenn das nicht ausreichen sollte, zum Schluss sehen Sie auch meine E-Mail-Adresse, wo Sie mir auch jederzeit gerne noch weitere Fragen stellen können. Wir starten. Sie sehen oben rechts Dobis. Dobis ist ein Partner der IB Solution und jahrelang schon mit der IB Solution zusammen im Bereich Berechtigungen, Benutzermanagement etc. tätig. Heute haben wir ein Thema für Sie herausgesucht. Neue Risiken in den Berechtigungen im Auge behalten und den Sicherheitslevel gegebenenfalls anpassen, wenn notwendig. Diese neuen Risiken kommen jeder immer wieder hoch. Immer wieder gibt es neue Dinge, die ich in meinen Berechtigungseinstellungen berücksichtigen muss. Das Thema DSGVO brauche ich Ihnen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr näher zu bringen. Das ging ja durch alle Munde. Es gibt ein neues Thema Geschäftsgeheimnisgesetz, wo verlangt wird, dass die Unternehmen ihre Geheimnisse, ihre spezifischen Geheimnisse besonders schützen. Also Sie sehen, es gibt immer neue Dinge, auf die ich reagieren muss und das ist immer auch eine ganz, ganz schöne, harte Arbeit, mit dem Profilgenerator dann die Einstellungen vorzunehmen, zu testen und so weiter und so weiter. Was machen wir heute in diesem Webinar? Ich zeige Ihnen noch einmal kurz, welche Herausforderungen auf mich zukommen durch diese neuen Gesetzgebungen. Wie kann ich dann prüfen, ob die Berechtigungen den alten und auch diesen neuen Gegebenheiten richtig eingestellt sind? Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wie schaffe ich Transparenz darüber, dass auch meine Einstellungen zu jeder Zeit sauber sind und wer dann an der Stelle was darf, wer darf Risiken managen und so weiter und so weiter. Die Transparenz ist auch ganz wichtig, denn Wirtschaftsprüfer und sonstige verlangen von mir dann auch darüber umfängliche Informationen. Das heißt, wir werden bis 10.45 Uhr die Präsentation durchziehen und anschließend Ihre Fragen beantworten. Wie heißt es so schön, wenn es so heiß ist? Bei uns hier im Süden nennt man das Machelon. Machelon ist übersetzt in Hochdeutsch machen lassen. Das heißt, wir zeigen Ihnen hier ein Werkzeug, um all diese Herausforderungen, die es über die Jahre gibt, eben relativ einfach auch prüfen zu lassen mit Vorschlägen, wie ich meine Berechtigung anzupassen habe, eben dann auch herauszukommen. Das heißt, dieses Werkzeug ist genau dafür gedacht, Ihnen die Arbeit deutlich zu vereinfachen, deutlich zu erleichtern, aber eben nicht nur aufzuzeigen, wo Einstellungen geändert werden müssen, sondern auch aufzuzeigen, wie ich sie ändere, wer zu diesen einzelnen Rechten zugeordnet ist, damit ich auch hier eine Information habe, darf der das, darf der das nicht. Das heißt nicht immer zu schauen, welche neuen Gesetze und welche neuen Verordnungen kommen, sondern einfach sich auf ein Werkzeug verlassen, das eben die neuesten Einstellungen hat und mit diesem Werkzeug ab und zu mal die Berechtigungen einfach analysieren zu lassen, um zu sehen, bin ich da noch auf der grünen Linie oder muss ich da Hand anlegen. Dieses Geschäftsgeheimnisgesetz, Sie können die Folien ja dann nachher auch sich nochmal anschauen lassen, schreibt vor, dass eben Geheimhaltungsmaßnahmen, angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, um zum Beispiel jetzt sensible Rezepturen, zum Beispiel sensible Konstruktionsprozesse oder Konstruktionszeichnungen eben unter einen gewissen Schutz zu stellen, das muss eben dann in den Berechtigungen auch sauber eingestellt sein. Das heißt, die Teile müssen eben durch gewisse Maßnahmen zusätzlich intensiv geschützt werden. Die Datenschutzgrundverordnung, die ist jetzt raus, aber Frage, haben Sie schon mal Ihre Berechtigungen jetzt analysiert, ob in allen Einstellungen auch wirklich alles sauber ist? Wir zeigen Ihnen nachher an der Stelle, wie in unserem Tool hier genau die DSGVO-Vorschriften nochmal analysiert werden und wo gegebenenfalls noch in den Einstellungen Lücken sind. Wir machen in diesem Webinar keine Rechtsberatung, sondern wir zeigen Ihnen an der Stelle und erläutern Ihnen Funktionalitäten, die Ihnen helfen, die Einstellungen einfach und stringent durchführen zu können. Das nochmal zur Anmerkung. Mit dem Werkzeug BEMON QSCAN, so haben wir das genannt, analysieren wir Ihre Berechtigungseinstellungen. Und zwar, das QSCAN ist in zwei wesentliche Teile gegliedert. Einmal ist es ein Infosystem und ein Korrektursystem, das sehen Sie hier. Das werden wir nachher nochmal deutlich erläutern. Das heißt, hier können Sie sich über die Berechtigungseinstellungen umfänglich informieren, in mehreren Hierarchien und Stufen. Das ist das Thema Transparenz. Und Sie erhalten hier auch Empfehlungen, Maßnahmenempfehlungen, was an den jeweiligen Einstellungen doch bitte zu ändern ist. Oder in dem Fall, wo Sie sagen, der muss das können, auch die Information, wer hat denn dieses Recht, sind es wirklich nur die, die es haben sollen. Der zweite große Teil von QSCAN ist das Thema Compliance Management. Sie können auch das Thema IKS, internes Kontrollsystem und das Ganze da subsummieren. Wenn ich hier oben meine Einstellungen sauber gemacht habe im Korrekturmanagement, werde ich es trotzdem nicht schaffen, alle Risiken im Unternehmen zu eliminieren. Es werden Risiken bleiben. Sie können das schon bei den Basisadministrationen sehen. Da sind meistens Rechte auf einzelne Personen fokussiert, wo wirklich dann auch Risiken noch vorhanden sind. Und jetzt muss ich, wenn ich die Risiken hier oben in dem oberen Bereich nicht eliminieren kann, wenigstens hier das Risiko sauber so weit reduzieren, dass es wirklich nur bei diesen Personen und mit Verantwortung dann gehandelt wird. Das Compliance Management ist letztendlich dafür da, die verbleibenden Risiken dann sauber zu organisieren. Das heißt, mehr Transparenz und Sicherheit. Das ist in den oberen Bereichen eben angesiedelt. Die Kostenerleichterung, die Kostensenkung, die Arbeitserleichterung ist dadurch gegeben, dass wir eben Ihnen nicht nur zeigen, wo irgendwelche offenen Punkte sind, sondern dass wir Ihnen auch zeigen mit Maßnahmen, Empfehlungen, wie Sie die am besten dann bereinigen. Und wir haben hier mit diesem Werkzeug auch eins. Wir haben eine kontinuierliche Prüfung der Berechtigungseinstellungen. Das heißt, wenn wir neue Regelwerke zum Beispiel durch das Geschäftsgeheimnisgesetz bekommen, dann bauen wir die in das QSCAN ein. Dann können Sie quasi mit diesem Werkzeug dann auch gegen die neuen Vorgaben prüfen und können kontinuierlich dann auch immer wieder sicherstellen, dass die Berechtigungseinstellungen sauber sind. Das wird der Herr Keune Ihnen nachher im Einzelnen vorführen. Wogegen prüfen wir? In dem QSCAN sind viele, viele Prüfvorschriften enthalten. Wir prüfen zum Beispiel gegen die DSGVO. Wir haben Mannigfalte-SOD-Analysen. Wir haben Tabellen, wo letztendlich die Funktionstrennungsvorschriften hinterlegt sind. Wir haben den DSG-Prüfleitfaden im QSCAN implementiert, sodass wir sagen, die Empfehlungen dort werden auch abgeprüft. Dann aufgrund dessen, dass wir schon über 15 Jahren im Berechtigungsumfeld aktiv sind und viele, viele Berechtigungsprojekte gemacht haben, auch zusätzliche Prüfungen noch, zum Beispiel Transaktionen in größeren Bannbreiten, ACT, VT, Stern und solche Dinge werden geprüft. Dann Eigenentwicklungen werden analysiert, ob da die SAP-Prüflogik, also Authority-Check etc. hinterlegt ist. Sternwerte in sensiblen Feldern, Buchungskreis, Sterne und solche Dinge. Entschuldigung. Sie sehen, wir prüfen hier wirklich sehr umfassend und Sie haben dann auch wirklich nach so einer Analyse ein Gesamtbild dessen, wo Sie stehen mit Ihren Einstellungen. BAM und QSCAN ist, das habe ich vorhin schon erwähnt, in zwei Teile aufgeteilt. Das heißt, hier gibt es das Korrekturmanagement und Infosystem. Das ist der erste Teil. Und hier im Compliance-Management, da werden dann eben die Risiken, die nicht durch diese Maßnahmen eliminiert werden konnten, aufgeführt. Und hier kann ich dann eben organisatorische Maßnahmen hinterlegen. Sie kann ich sie zuordnen und, und, und. Und nachdem hier, das ist das Doing, was Sie als IT machen sollten, was im Fachbereich letztendlich dann auch hier angesiedelt ist, hier haben wir am Schluss eine Berichtsgenerierung, wo wir wirklich einen Überblick fürs Management haben. Wo stehe ich denn mit meinen Risiken? Wie viele Risiken habe ich überhaupt? Welche habe ich denn bearbeitet? Welche habe ich denn wegbekommen? Durch diese Informationen. Das heißt, ich habe hier auch eine schöne grafische Berichtsgenerierung, wo wir sagen, für das gesamte Unternehmen oder für Teile des Unternehmens, wo ich wirklich die Arbeiten dann auch verfolgen kann, kontinuierlich verfolgen kann. Wie sauber bin ich denn geworden? Das ist der Überblick. Den werden wir Ihnen jetzt zeigen. Und ich werde jetzt an den Herrn Keune umschalten, damit er in das einsteigen kann, in das Tool QScan und Ihnen da weitere Informationen liefern kann. Bank, ich übergebe. Ja, ich begrüße Sie auch alle recht herzlich. Steigen wir mal direkt in das Tool ein mit dem Informationssystem. Hier oben sind die gerade von meinem Kollegen Gilbert angesprochene Punkte aufgeführt. Auch hier haben wir verschiedene Blöcke, die uns die Informationen anzeigen. Angefangen über den Bereich, wie Sie das mit den Rollen anwendern und so weiter aus. Das heißt, hier wird zum Beispiel Ihnen die Möglichkeit gegeben, relativ einfach zu schauen, wer hat denn welche Rollen, welche Berechtigungen. Sie können auch jederzeit hier über weitere Links abspringen. Und Sie sehen, warum einen Herr König in der Finanzabteilung, welche Inhalte eine entsprechende Rolle haben. Diejenigen, die sich mit Berechtigungen auskennen, können das sicherlich einfach sehen, dass es die Detailinformationen einer Rolle entsprechend in dieser Übersicht sind. Des Weiteren haben wir hier Übersichten über Einzelrollen, über Sammelrollen, welche in Ihrem System überhaupt vorhanden sind. Ich gehe jetzt nicht in jeden einzelnen Punkt rein, weil es dann wahrscheinlich den Zeitraum vermitteln sprengen würde. Ein wichtiger Punkt ist hier unten noch, welche Anwender und Profile sind vorhanden, weil da haben Sie dann auch die Möglichkeit, wenn Sie da reingehen, entsprechend zu sehen, wo sind denn nicht generierte Profile mit einem DAP-All oder ähnliches, und zwar relativ einfach im Überblick, sodass Sie hier auch die Übersicht darüber behalten können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wo sind Anwender mit adoptenden Einzelrollenzuordnungen, falls Sie ein System haben, wo Sie mit Sammelrollen arbeiten, können Sie hier sehen, wo Einzelrollen sowohl direkt als auch indirekt über Sammelrollen zugeordnet sind, was eine Übersichtlichkeit über das Berechnungssystem bei Ihnen, wenn es denn vorkommen sollte, natürlich sehr erschweren. In der zweiten Spalte haben wir dann wichtige inhaltliche Abfragen. Das fängt an mit dem ersten Punkt, das heißt, hier können wir uns anschauen, welche Anzeigerollen haben Bearbeitungsaktivitäten, und wenn man dann gemäß der Logik, wie bei Ihnen Anzeigerollen, Displayrollen aussehen, dass entsprechend gefiltert wird, und dann kommen Werte vor, wie hier in unserem Beispiel, sind da sicherlich Punkte, die da nicht unbedingt reingehören. Es gibt ja auch immer grenzwertige Punkte, wie zum Beispiel ein Standardlayout, darf das in einer Anzeigerolle geändert werden oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, da gibt es jetzt auch überall unsere Kunden, wenn man das betrachtet, keine einheitliche Meinung, und von daher bewerten wir diese, weil ich sage immer ganz gerne, grauen Einstellungen auch aus, sodass Sie dann selber entscheiden können, ob das für Sie in Ordnung ist, oder ob das ein Bereich ist, wo Sie selber sagen, das sollte doch bei uns entsprechend rausgenommen werden. Weitere Auswertungen sind natürlich, was der Herr Gilbert gerade auch schon ansprach, Aktivitätspferdstern, die immer kritisch sind, weil nicht nachvollziehbar ist, zweifelsfrei, wer welche Aktivitäten jetzt ausführen darf. Insbesondere stellt das ein Problem dar, sobald die SAP neue Funktionalitäten ausliefert, die gegebenenfalls auch neue Aktivitätswerte beinhalten, die dann eventuell nicht unbedingt jeder haben sollte, der durch die Aktivitätsstern diese dann bekommen würde. Ein weiterer Punkt sind hier die SAP Prüflogik-Auswertungen. Das heißt, hier wird geprüft, welche Transaktionen haben gemäß der SAP Prüflogik Berechnungsobjekte und sind diese auch durchgängig gepflegt, inklusive der notwendigen Einträge über Transaktion LZU24, so dass diese Auswertung oder dieser Pflege der Berechnungsobjekte komplett vollständig ist. Dann springe ich mal zur dritten Spalte. Da haben wir auch einige Auswertungen, die nicht unerheblich sind. Das sind kritische Werte, die auch gerne von Wirtschaftsprüfern geprüft werden. Das heißt, wenn ich oben anfange, welche Anwender haben die SA38 oder SE38 inklusive das Programm mit Pivot-Stern, dürfen also sämtliche Programme ausführen. Auch das ist sicherlich ein sehr kritischer Wert, insbesondere auch vor dem Hintergrund Datenschutz. Das heißt, hier sind wenig Einschränkungen vorhanden. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass immer alle SAP oder auch eigenentwickelten Programme eine entsprechende nachrangige Berechnungsprüfung noch beinhalten. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, wer in einem System das Berechnungsobjekt S-Develop hat, und zwar mit der kritischen Kombination Aktivität 02 und Debug. Für diejenigen, die das kennen, ist es klar, für die anderen, kurz zur Erläuterung, wenn ich diese Wertkombination habe, darf ich sowohl zum einen Programme debuggen, was nicht erst mal nicht unbedingt schädlich ist. Aber ich kann während der Laufzeit auch Änderungen vornehmen, Aktivitätswerte, Variablenwerte ändern durch die Aktivität 02, sodass da natürlich dann Dinge möglich sind, die auf jeden Fall vermieden werden sollten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, welche User haben umfangreiche Zahlungsrechte. Das heißt, da sehen Sie dann auch, wer hat denn zu den entsprechenden Transaktionen, hier als Beispiel die Transaktion F110, sowohl Vorschlag ausführen, als auch Zahllauf ausführen. Abhängig von den Prozessen in Ihrem Unternehmen kann das auch eine kritische Kombination sein, wenn Sie direkt aus SAP heraus zahlen und danach kein weiteres Vier-Augen, Sechs-Augen, wie auch immer im Prinzip noch realisiert ist. Als letzter Punkt in dieser Spalte noch, welche Anwender haben das SRFC und SORT SUPL, das ist ein kritischer Wert, den auch die SAP als kritisch eingestuft hat. Damit kann ich mit entsprechenden Rahmenbedingungen beliebigen Abercode in ein System einschleusen und ausführen. Das ist natürlich ein Punkt, den sollte keiner im System haben. Der vorletzte Block, das sind die Funktionskonflikte. Das heißt, hier kann ich mir anschauen, in welchen Einzelrollen schon Funktionskonflikte vorhanden sind. Das heißt, hier kriege ich jetzt aufgeführt, dass halt zum Beispiel in dieser Kreditorenbuchhalterrolle Funktionalitäten drin sind, sowohl zum Erfassen von Lieferantenrechnungen als auch Zahlungen an diese Lieferanten. Also kann sowohl Zahlungen initiieren als auch Rechnungen erfassen. Und das Risiko ist halt entsprechend beschrieben dadurch, dass hier Lieferantenrechnungen erfasst werden können mit anschließend Zahlungen. Und diese Risikobeschreibung sollte im Regelfall eigentlich schon erklären, wo das Risiko für ein Unternehmen ist. Ob dieses Risiko letztendlich in Ihrem Hause dann auch besteht, müssen Sie natürlich selber bewerten. Aber als grundsätzlicher Ansatzpunkt, um da einzustreigen, ist das sicherlich nicht verkehrt. Dann möchte ich noch kurz auf den letzten Punkt hier eingehen. Das heißt, hier sind wir dann im Bereich des Datenschutzes. Das heißt, beim Datenschutz haben wir den Schwerpunkt im Moment auf drei Bereiche ausgelegt. Das heißt zum einen, wer hat die Transaktion SE16 oder SE16N mit entsprechenden fehlenden Einschränkungen auf Berichtungsgruppen, hat also einen kompletten Zugriff auf sämtliche Tabellen, Tabelleninhalte, was natürlich im Regelfall eher eine problematische Kombination ist. Das heißt, hier würden Sie dann sehen, in welcher Einzelrolle diese Kombination vorkommt. Das heißt, welche Transaktion in diesem Fall die SE16N ist. Und hier ist sowohl das S-Tabu-DIS als auch das S-Tabu-NAM vorhanden, ohne Einschränkungen. Als Ergänzung hierzu noch, spielt jetzt hier keine Rolle, ob die Aktivität da ist, um etwas zu bearbeiten oder nur zum Anzeigen. Weil allein das Anzeigen ist schon ausreichend, um eine kritische Einstellung aus Datenschutzgesichtsgründen hier entsprechend vorzufinden. Ein weiterer Punkt, der als schwierig einzustufen ist, wenn Sie mehr als einen Buchungskreis haben, mehr als eine Fragmentorganisation, sind diese obersten Ebenen sicherlich immer sehr schwierig, weil dann eine notwendige Abgrenzung, sodass die Maßgabe, nur die notwendigen Daten anzuzeigen oder darauf Zugriff zu haben, hier natürlich potenziell unterlaufen wird. Von daher sind das Punkte, die aus Datenschutzgesichtshoren sicherlich intensiv betrachtet werden sollten und überlegt werden sollten, ob die tatsächlich in dieser Form notwendig sind oder ob es da eine andere sinnvolle Trennung in Ihrem Hause geben kann. Dann noch einen letzten Punkt aus diesem ganzen Bereich. Das heißt, hier sind wir jetzt in dem Bereich des HCM, des AR-Systems. Hier haben wir dann Auswertungen, wo die eigentlichen Einschränkungen, die in Ihrem System gemacht sind, ausgehebelt worden sind. Das ist bei dieser Kombination mit dem Berechtigungsobjekt PABAB sicherlich möglich. Nämlich dann, wenn der Wert auf 2 oder Stern steht, sodass hier die eigentliche Prüfung außer Kraft gesetzt wird für einen oder mehrere Reports. Und diese Kombination, die wir hier eingebaut haben, dass für sämtliche HR-Reports alle Prüfungen aufgehoben werden, sicherlich eher als eine sehr schwierige Einstellung einzuschätzen ist. So, jetzt haben wir natürlich eine ganze Reihe von Punkten hier gesehen, die Ihnen das Leben jetzt nur bedingt einfach machen. Sie haben dann die entsprechenden Informationen. Da gibt es aber noch einen weiteren Punkt, dieses Kulturmanagement, auch schon angesprochen. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach mal einen Filter setze, damit wir das, was wir zum Schluss gerade gesehen haben, noch einmal wiederfinden. Dann sehen wir hier genau die gleichen Punkte, die auch im Informationssystem als kritisch eingestuft sind. Und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, über alle diese Punkte auch Bearbeitungsvermerke zu hinterlegen. Was Sie jetzt hier eintragen können, zu dieser Rolle, die Sie hier nochmal sehen, zu diesem Objekt. können Sie hier die Datenschutzeinstellung korrigieren und haben immer noch die Möglichkeit auszuwählen zwischen akzeptiert, wenn Punkte hier auftauchen, die Sie tatsächlich lassen wollen, weil das bei Ihnen im Unternehmen notwendig ist, umsetzen, wo es klar ist oder klären, wo Ihr werdet mit dem Fachbereich in diesem Fall ist. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, das können wir direkt umsetzen. Und Sie haben dann entsprechend hinterher eine Liste, können Sie sich anzeigen lassen, zum Beispiel für diejenigen, die die Berechnung bearbeiten. Das heißt, das sind die Punkte, die ich alle umsetzen möchte. Das heißt, hier haben wir ein paar Beispiele im Laufe der Zeit mal aufgenommen. Sie sehen jeweils die Rolle, das Berechtigungsobjekt, das betroffen ist, die Beschreibung, worum es geht. Also in diesem Fall ist es wieder eine Org-Ebene, der eingestellte Sternwärts findet die notwendige Trennung des Geschäftsbereiches. Und so kann man entweder einzelne Punkte nehmen oder hier Aktivitätswert einstellen, wenn ich mir dann anschaue, in dieser Rolle zum Beispiel, wie sieht die aus, kann ich auch jederzeit sehen, welche User sind denn davon betroffen. Und wenn ich sehe, okay, das ist hauptsächlich die IT, dann ist das in manchen Fällen so gewollt. Wenn eine andere Abteilung steht, muss man immer prüfen, ob das ein Bereich ist, der so auch an dieser Stelle gewünscht ist und benötigt wird. Das heißt, ich kann dann hier auch Punkte aufnehmen oder bewerten, wo ich sage, das ist akzeptiert. Hier zum Beispiel haben wir eine Rolle für externe Berater uns ausgedacht und sagen, okay, die dürfen jetzt in dieser Rolle aber Visionary Pflege vornehmen, was ja eigentlich in dieser Kombination ein kritischer Wert wäre. Warum steht, wie gesagt, wiederum hier. Und die Daten könnten dann entsprechend hier alle aufgearbeitet werden. Wenn Sie neue Daten in dieses Tool laden, müssen Sie sich eigentlich immer nur anschauen, was sind die leeren Daten und dann die Punkte, die Sie nicht schon bearbeitet haben, neu zu bewerten und dann zu sehen, was mit diesen Punkten letztendlich für Sie vorgenommen werden sollte. Als Bearbeitungshinweis können Sie dann auch jederzeit die Sachen als Excel-Datei exportieren, sodass Sie dann das auch weitergeben können und Arbeitspakete quasi definieren können. und dann weiterverteilen. Soviel vielleicht für den ersten Überblick über diese Auswertung. Ich würde dann an dich, Rolf-Udo, wieder zurückgeben. Okay. Sieht man mein Bildschirm? Ja. Okay. Also, wir haben jetzt das Info- und das Korrektursystem gesehen. Das heißt, wir haben gesehen, was hier an Ergebnissen bei diesen einzelnen Menüpunkten auftaucht. Funktionstrennungsvorschriften, DSAG-Prüfleitenden, Pfadenempfehlungen, all das sind Dinge, die eben da in dem Infosystem abgewickelt werden und die ich dann mit dem Korrektursystem nachbearbeiten kann. Wenn ich dann eine zweite Analyse fahre und ich habe nachgearbeitet, müssten im Grunde eigentlich diese Punkte verschwunden sein. Verschwunden heißt, ich habe letztendlich mein Berechtigungssystem sauber und sicher gemacht, aber leider gibt es gewisse Dinge, die eben nicht so einfach aus organisatorischer Sicht sicher gemacht werden können. Ich habe zum Beispiel einen Herrn Müller, der im Lager Inventurzählen und Inventuren bearbeiten soll. Das ist eine One-Man-Show, die ist im Außenlager, ich habe da keinen zweiten Mitarbeiter. Ich habe sehr wohl saubere Einzelrollen, nämlich ich habe eine Einzelrolle Inventur bearbeiten, ich habe eine Einzelrolle Inventur zählen, aber in diesem Falle sollte er beides können dürfen. Das heißt, ob ich das jetzt über Sammelrolle zuordne oder über Einzelrolle zuordne, die Entscheidung ist gefallen, er soll beides können und dann brauche ich eben einen Hinweis, ich brauche einen Hinweis, der mir sagt, Vorsicht, hier ist ein Risiko, hier kann potenziell Schaden angerichtet werden und hier kommt die rote Ampel, in dem im Infosystem eben dann dieser Punkt aufleuchtet. Das heißt, das ist ein SOD-Konflikt, der aus zwei Einzelrollen besteht, weil in beiden, in jeweils eine Einzelrolle eben Transaktionen mit Org-Einheiten angesprochen sind, die in Kombination dann zu diesem Risiko führen. Jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich mache auch das weg, das wollen wir aber nicht, er soll es ja tun dürfen und wie gehe ich jetzt damit um? Die Wirtschaftsprüfer verlangen schon seit langem, dass ich mir über meine Risiken bewusst bin, dass ich sie kenne, das ist auch gar kein Problem, es werden nie alle Risiken wegzudenken sein, aber die Wirtschaftsprüfer verlangen eben auch, dass ich geeignete Maßnahmen ergreife und durch eine zusätzliche organisatorische Anweisung sicherstelle, dass hier zum Beispiel Tischproben gemacht werden oder sonstige Dinge gemacht werden, dass dieser Punkt, wo eben Diebstahl und solche Dinge entstehen kann, dass der eben dann auch über eine andere Maßnahme dann beobachtet wird und auch kontrolliert wird. Das heißt, diese Kontrollanweisung, die muss ich natürlich dann an dieses Risiko anheften. Ich muss wissen, wer letztendlich diese beiden Rollen hat. Das heißt, in dem Falle wäre es hoffentlich nur der Herr Müller und bei der Kontrollanweisung steht da Außenlager, unkritisch und warum auch immer und damit ist ein Wirtschaftsprüfer dann zufrieden, der sagt, ich kenne meine Risiken, ich habe die Risiken, wie so schön heißt in Neudeutsch mitigiert, das heißt, ich habe sie abgesichert und ich habe eine organisatorische Anweisung in der Form gemacht, dass ein Chef alle vier Wochen mal eine Stichtagsinventur macht oder was auch immer und mal drüber guckt, damit da kein Unfug passiert. Dann darf ich Risiken haben und genau dieser Punkt, der ist jetzt der zweite Teil, das heißt, ich gucke die Risiken an, wo ich organisatorische Maßnahmen ergreifen muss, wo ich die Risiken bewerten muss. Sie können sich vorstellen, wenn ich mit Stahlträger im Lager arbeite, die werden nicht so schnell in der Hosentasche mitgenommen, wenn es aber Handy sind, ist die Gefahr schon größer. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als für mich ganz persönlich zu bewerten, da brauche ich natürlich aber die Fachabteilung dazu, das kann ich nicht als ITler alleine machen, zu bewerten, ist das ein Risiko und wenn es eins ist, sollte ich dann an der Stelle organisatorische Maßnahmen ergreifen, einen Verantwortlichen benennen, der da diese Prüfungen dann auch durchführt. Das wollen wir jetzt im zweiten Teil uns anschauen. Jetzt schalte ich wieder an den Herrn Keune und mal gucken, wie das Risikomanagement in QSCAN funktioniert. So, dann befinden wir uns hier in diesem Bereich als erstes in diesem Bereich Compliance Management. Das heißt, hier sehe ich jetzt meine Risiken. Ich nehme jetzt einfach mein Beispiel und sehe, ich habe hier viele offene Risiken, um die ich mich eigentlich kümmern muss. Ich springe jetzt meinen Standort Dortmund im Bereich Finanzen, weil wir da schon ein wenig vorgearbeitet haben. Da sieht man das ein wenig besser. Das heißt, wir haben hier offene Risiken, über die man sich noch Gedanken machen muss, wie man damit umgeht. Es gibt Risiken, die man akzeptieren kann. Jetzt kann man gucken, was ist der Hintergrund der ganzen Geschichten. Wir schauen zum Beispiel hier bei Arbeiten von Verkaufsbelegenen und Manipulation von Kreditlimits für Kunden. Das heißt, hier kommen wir jetzt, ich kann nachvollziehen, welche Transaktionen zusammenkommen. Ich sehe, von welchen Einzelrollen die eventuell, von welchen Einzelrollen und von welchen Sammelrollen die entsprechend hier zukommen. Ich kann nachvollziehen, welcher User diese Rollen zugeordnet bekommen hat, um das auch eventuell bewerten zu können und habe dann hier die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, ja, das ist ein Punkt, den ich so nicht lassen kann. Dann gehe ich hin, erfasse meine Daten. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit erstmal zu sagen, grundsätzlich zu bewerten. Das Risiko wird akzeptiert. Es ist kein Risiko oder eine Orga-Maßnahme, die zu definieren wäre. Und im letzten Punkt kann ich sagen, ab wann ist die Orga-Maßnahme gültig? In diesem Beispiel ab dem 1.8. Dann wäre es dafür zuständig. Sicherlich, wenn es eine Vertriebsgeschichte ist, könnte es auch der Leiter Vertrieb, Leiter Finanzen, wie auch immer sein. Also eine Person, die jetzt nicht direkt davon betroffen ist, wäre immer sehr sinnvoller. Und auch hier wäre die Entscheidung, ist da noch was zu klären oder kann ich das direkt umsetzen? Zusätzlich kann ich erfassen, wenn hier noch entsprechend Analyse-Reports einzuplanen sind oder ähnliches, was dann zum Beispiel hier ein Team machen würde. Und kann dann so diese Punkte letztendlich hier alle abarbeiten, sodass ich nach Möglichkeit keine offenen Risiken mehr habe. Wenn ich das entsprechend für alle Bereiche, also wichtig ist hier, ich kann vorgehen sowohl zum einen nach der Lokation als auch nach der Abteilung. Weil die Risiken, wie Herr Gilbert gerade ja ausgeführt hat, dass sie sicherlich abteilungsrelevant sind. Beispiel mit der Inventur, gerade mit den großen Stahlträgern, die eher unkritisch sind als andere Abteilungen, die eventuell auch Inventur durchführen müssen. Dann kann ich das wie gesagt abteilungsweise durchgehen und habe anschließend die Möglichkeit hier zu sehen, welche Ergebnisse habe ich denn mit welchen To-Do's für welche Person. Das heißt, ich kann dann hier eine Liste erzeugen für den Leitung Finanzwesen, für Leitung IT, was deren Aufgaben sind in diesem Bereich, um auch die notwendigen Kontrollen, die dann definiert sind, wie der Gilbert schon gerade sagte, sinnvollerweise natürlich immer mit dem Fachbereich zusammen definiert sind, dass ich die dort entsprechend weiter zur Verfügung habe und auch einen Wirtschaftsprüfer zur Prüfung oder bei der Prüfung vorlegen kann. Wie das Ganze sich dann entwickelt, kann ich hier in dieser Auswertung sehen. Das heißt, ich habe hier zum einen den Vergleich, wie sich die Risiken entwickelt haben. Das heißt, ich sehe, hier sind immer mehr Risiken abgearbeitet worden, wie hier. Ziel sollte natürlich sein, dass der rote Balken gegen Null ist und dass dann insbesondere der gelbe Balken mit den organisatorischen Maßnahmen deutlich größer wird. Ob es das richtig ist, überall zu sagen, kein Risiko, das kann man sicherlich in Frage stellen, wobei es wie gesagt sicherlich auch Fälle gibt, wo kein Risiko der richtige Wert wäre. Das Ganze kann ich hier an dieser Stelle auch durchführen, indem ich hier verschiedene Abteilungen zum Beispiel vergleiche. Das heißt, wenn ich Finanzen und Controlling vergleiche, dann sehe ich, dass im Controlling noch gar nichts bearbeitet ist. Im Bereich Finanzen, eben zum Standort Dortmund, habe ich dafür schon etliche Punkte analysiert und bewertet. Um das Ganze dann auch zentral darzustellen, habe ich auf verschiedenen Ebenen, also für das Gesamtunternehmen, Einzellokation, Abteilung oder auch nach Modulen, die Möglichkeit, hier Berichte zu erstellen. Das heißt, hier sehe ich dann, wie sehe ich in diesem Fall jetzt für das Gesamtunternehmen die Berichte, die Risiken entsprechend entwickelt haben. Habe dann auch die genaue Anzahl, dass ich hier in diesem Fall noch 536 offene Risiken habe, zwei sind nicht relevant, vier sind akzeptiert und für neun gibt es organisatorische Maßnahmen. Ich sehe dann die häufigsten Risiken, nochmal hier separat aufgeführt. Ich sehe auch die Verteilung nach den verschiedenen Abteilungen, um dann halt auch bewerten zu können, bei welcher Abteilung ich dann entsprechend möglichst beginnen sollte mit diesen Dingen, weil sie entweder sehr viele Risiken haben oder für mich sehr wichtig sind und sehe auch, wie die Risikoverteilung nach Modulen ist. Denn Finanzmodule sind sicherlich für viele Unternehmen kritischer als Risiken im Bereich der Fertigung Modul PP oder ähnliches. Das wären also diese Berichte, die an dieser Stelle hier oben möglich sind. Und ich habe auch die Möglichkeit, diesen Bericht immer auszudrücken, als Wörtertei zu exportieren, dass sie dann noch nachbearbeitet werden kann, dass sie entsprechend weitergeleitet werden kann, sodass ich dann hier umfangreiche Auswertungen zur Verfügung stellen kann, wie der aktuelle Stand und wie der Verlauf der Berechtigung im aktuellen System sich entwickelt haben. Gut, dann würde ich wieder an dich zurückgeben, Frau Fudor. Okay. 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 So, jetzt sind wir mal wieder auf der PowerPoint-Ebene. Ich habe vorhin gesagt, Machelon, Sie sehen, jetzt einfach das alles mit dem Werkzeug Profilgenerator in den Griff zu bekommen, das wird schwierig, deswegen Machelon, nimm ein Werkzeug, um letztendlich kontinuierlich die Analyse durchzuführen. Die Analyse führe ich immer dann durch, wenn ich die Berechtigungsdaten in das QSCAN geladen habe, das heißt, ich habe hier Zyklen und wenn ich die ab dem ersten Zyklus kontinuierlich bearbeite, dann habe ich ja immer mehr Risiken, die letztendlich dann auch bewertet sind, wo ich gesagt habe, ist kein Risiken oder organisatorische Maßnahme oder ich habe die Berechtigungen modifiziert aus dem ACTVT-Stern 0.3 oder 0.2 gemacht, das heißt, ich habe meinen Arbeitsaufwand dadurch, dass ich immer mal wieder prüfe und nachbearbeite, deutlich reduziert, das heißt, erstens mal kriege ich alle, das heißt, es ist kein Zufallsprinzip, wo ich dran Hand anlege, sondern ich habe kontinuierlich über die Bereiche, über die Fachbereiche hinweg meine Analyse und kann mit denen diskutieren, was machen wir denn bei dieser Berechtigungseinstellung und irgendwann nach der zweiten, dritten Analyse komme ich mal auf den Punkt, wo ich sage, das ist ein relativ geringer Aufwand, um eben sauber und sicher zu bleiben. Im anderen Fall muss ich bei jeder Prüfung, die gegebenenfalls durch den Wirtschaftsprüfer auch stattfindet, immer wieder nachbearbeiten, das heißt, ich habe, wenn ich kein Werkzeug für mich, für die IT habe, um letztendlich zu kontrollieren, immer wieder vor jeder Wirtschaftsprüfer oder nach jeder Wirtschaftsprüfersitzung einen Aufwand zu bereinigen und somit kann ich mir wesentliche Arbeit und was auch viel wichtiger ist, Sicherheit aneignen. Wie funktioniert das Ganze? Das heißt, ich habe das QS-Scan erworben, wie das erkläre ich gleich und speichere das als ersten Archivbestand ab, meine Berechtigungsanalyse, arbeite die nach und zu einem Zeitpunkt T1, das kann dann zum Beispiel nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr sein, das ist von Ihnen vollkommen frei gestaltbar, kann ich dann eine weitere Analyse fahren oder wenn ich zum Beispiel sehr viel überarbeitet habe und gleich danach mal sehen muss, ist das alles erfolgreich gewesen? Das heißt, ich steuere meine Analysezeiten ganz individuell und habe dann einen Archivbestand 2, ich habe dann einen aktuellen Bestand, das heißt, wenn das meine letzte Analyse war und ich kann mit dem QS-Scan auch immer eins machen, ich habe einen Historienvergleich, ich kann vergleichen, was hat sich denn gegenüber Archiv 1 oder Archiv 0 denn geändert, das heißt, ich habe diese Deltas, die ich im SAP ja selbst nicht abspeichern kann, die habe ich dadurch ermöglicht, dass ich sage, ich zu jedem Analysezeitpunkt speichere ich auch das Analyseergebnis ab und kann dann wirklich die Veränderung von Q1 auf Q2 sehen, die in meinen Berechtigungseinstellungen durchgeführt worden sind. Das QS-Scan als Tool wird in einer privaten Cloud betrieben, das heißt, Sie bekommen das Recht, QS-Scan zu benutzen, wir bereiten für Sie eine private Cloud auf und die ist ganz bewusst außerhalb des SAP-Systems, denn ich möchte nicht SAP mit SAP prüfen und wir machen eins, wir füllen die private Cloud, indem wir eine Download- Prozedur mitliefern, die alle relevanten Tabellen, wo Berechtigungseinstellungen hinterlegt sind, lädt und dann in Ihr eigenes QS-Scan importiert wird und somit haben Sie dann einmal die Archivstände und Sie haben einmal auch die Vergleiche und Sie haben natürlich dann auch immer wieder komplett den Stand, den Sie analysieren und da, wo noch nicht nachgearbeitet ist, danach bearbeiten können. Das heißt, Sie lizenzieren die Nutzung eines QS-Scan über die private Cloud und Sie können zwei, drei, vier User definieren, die mit diesem QS-Scan arbeiten, zum Beispiel die sagen, ich habe einen Fachbereich Vertrieb oder ich habe einen Fachbereich Rechnungswesen, da gibt es einen eigenen Verantwortlichen für das ganze Risikomanagement, das kann ja auch der Compliance Manager sein, der letztendlich damit arbeitet und somit habe ich die Möglichkeit auch unabhängig voneinander da Risiken zu bewerten, organisatorische Maßnahmen zu hinterlegen. Ist also Mandanten abhängig und benutzergeschützt und mit Passwort komme ich da an die Stelle in meinen Bereich. Die Bedienung von QS-Scan ist einfach, Sie sehen, Sie haben gesehen, wenn ich auf das einzelne Element doppelklicke, komme ich eine Ebene tiefer, bis dass ich die Transaktionen sehe, die letztendlich zu einer SOD-Kollision führen oder dass ich die Benutzer sehe, die ein Recht zugeordnet bekommen haben. Ich habe wirklich mit einer Einweisung, die in zwei, drei Stunden stattfindet, einfach die Möglichkeit mit dem QS-Scan umzugehen. Wichtig für uns ist es, das muss ja nicht unbedingt ein SAP-User sein, wenn das Richtung Compliance Management, Auditoren etc. geht, haben wir hier eine Oberfläche, die sehr intuitiv und einfach bedienbar ist und da muss einer nicht unbedingt SAP-User haben. Das QS-Scan gibt es in zwei Varianten, einmal nur das Informations- und Korrekturmanagement, das ist der erste Teil, den der Herr Keune Ihnen gezeigt hat und wenn Sie auch noch dann in Richtung IKS gehen wollen, also wirklich auch Organisationsmaßnahmen hinterlegen, Risiken bewerten wollen, dann empfiehlt es sich V2 zu erwerben, denn diese organisatorischen Maßnahmen, die dann von Ihnen erfasst worden sind, die können Sie dokumentieren, Sie können an der Stelle eben dann auch diese Übersichten machen, wo habe ich noch Nachbearbeitungsbedarf, das ist das, wenn Sie QS-Scan als IKS nutzen wollen, wenn Sie lediglich in Ihren Berechtigungseinstellungen Korrekturen vornehmen wollen, die letztendlich vom DSAG Prüfleitfaden empfohlen werden, dann reicht die Version 1, das muss man im Einzelnen sehen, Sie können auch mit V1 anfangen und sagen, okay, jetzt habe ich meine Berechtigungseinstellungen soweit in Ordnung gebracht, jetzt gehe ich an Q2, jetzt möchte ich gucken, was bleibt an V2, was bleibt denn jetzt noch übrig an Risiken, wie muss ich denn damit umgehen. Wir haben noch ein, zwei Folien, wir können QSCAN in zwei verschiedenen Formen Ihnen anbieten, wir können sagen, wir machen eine einmalige Analyse und dann eine Bewertung vor Ort, indem wir mit Ihnen über das Ergebnis sprechen und Sie dann mit dem Profilgenerator die Nacharbeit machen, das ist eine einmalige Aktion, die hat einen einmaligen Preis und dann ist das Thema soweit durch, Sie kennen Ihre Einstellung, Sie wissen wo was zu tun ist, Sie haben eine saubere Dokumentation und wir können die ganzen Listen, die der Herr Keune gezeigt hat, eben auch als Excel herauslassen, sodass Sie im Grunde diese Listen dann nutzen für eine Nachbearbeitung. Wenn Sie aber sagen, na, das nützt mir ja nichts, ich möchte irgendwann auch mal weiterprüfen, da kommen ja neue Geschäftsgeheimnisgesetze und so weiter dazu, ich möchte immer up to date bleiben, dann bietet sich die permanente Nutzung an, die Permanent Nutzung heißt, das ist ein jährlicher Preis, das heißt, Sie bekommen das QS-Scan in der Cloud zur Verfügung gestellt und können jederzeit monatlich, vierteljährlich, wann auch immer, eine eigene Analyse fahren und die werden dann auch nutzen für eine Nachbearbeitung und da haben Sie im Grunde hier, wenn Sie sagen, ich brauche zwei User, ich habe 500 SAP-Anwender, ich bin in einem Mandant, haben Sie diese Preise einmal hier, das ist V1, das ist die Version 1, nur die Basisversion mit Info- und Korrekturmanagement und das ist der Preis insgesamt für V1 und V2, also inklusive dem Risikomanagement dabei. Sie können, das habe ich vorhin gesagt, wie gesagt, hiermit starten und sagen, das macht dann irgendwann mal später Sinn, dass ich das auch erweitere und das ist es auch schon. Zu irgendwelchen Fragen bitte Sie jetzt den Chat zu benutzen, dort Fragen zu hinterlegen und ich wäre jetzt soweit, dass ich auf Ihre Fragen reagieren kann, wenn Sie sagen, ich möchte aber bitteschön das Ganze ganz privat mit mir oder mit dem Herrn Keune machen, haben Sie hier die Kontaktadresse, wo Sie mich auch direkt erreichen können, wo wir Ihnen dann zu dem einen oder anderen Punkt auch nochmal intensiv dann auch Antwort geben können. Jetzt schaue ich mal Chat, Chat, Nachrichten an Organisation Habe ich hier Fragen oder eine Frage ist da, die Frage ist großer Unterschied zwischen dem GRC-Modul von SAP und unserer Lösung. An vielen Stellen, die SAP geht ja sehr weit rein mit den Berechnungseinstellungen, Auswerte, Möglichkeiten etc., ist auch online angebunden. Unsere Variante ist eine deutlich kompaktere Lösung, die offline arbeitet, also beim GRC-Modul können Sie ja auch solche Fragen dort entsprechend solche Prüfungen abfragen, was passiert, wenn ich eine Rolle zuordne, das ist hier nicht vorgesehen, sondern halt eine entsprechende Nachbetrachtung. Sie müssen an der Stelle auch sehen, wenn Sie GRC nutzen, GRC läuft auf dem eigenen System, muss administriert sein, ist eine zweist- oder dreistufige Landschaft, ist eine sehr mächtige Geschichte. Hier mit dem QSCAN haben Sie eine einfache Cloud-Anwendung, die vom Handling her und von der Administration deutlich eine andere Arbeits- und Preisklasse ist, als wenn Sie mit GRC arbeiten. Es sind zwei Welten, hier wollen wir es einfach gestalten, hier wollen wir es auch so gestalten, dass man mit dem Compliance Verantwortlichen und dem Fachbereichsleiter darüber reden kann, das ist eine ganz andere Dimension. Du Frank, ich sehe keine Fragen, hast du noch Fragen? Bei dir aufgelistet? Nein, mehr Fragen scheinen nicht zu sein. Wie der Herr Gelber schon sagte, kommen Sie gerne auf uns zu, wenn noch Fragen im Nachgang auftauchen. Ansonsten würde ich mich von meiner Seite schon mal verabschieden und mich bedanken. Und dem kann ich mich anschließen. Ich kann mich hier auch bedanken für Ihre Bereitschaft, sich das QS-Scan mal angeschaut zu haben und machen Sie von diesen Möglichkeiten Gebrauch einmal über den Link, den Sie jetzt zugeschickt bekommen, sich nochmal die Folien anzuschauen. Wir haben in den Folien auch die ganzen Hardcopies mit hinterlegt, dass Sie auch in die einzelnen Bilder mal hineingucken können oder dass Sie eben die E-Mail-Adresse nutzen und nicht das eine oder andere zu fallen. Da ist doch noch eine Frage aufgetaucht, die war hier verschwunden. Kann man das Tool auch selbst über Rollen steuern? Ja, es gibt drei verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Administratorrolle, die es ermöglicht, dort neue Daten zu laden. Dann gibt es die Rolle des reinen Betrachters, also jemand aus beispielsweise dem Org-Management oder Ähnlichem, der dort nur die Sachen sich anschauen kann und es gibt dann noch so ein Mittelding für jemanden, der zwar keine neuen Daten laden kann, der keine User-Daten bearbeiten kann, der hier zuraten kann, sondern dann halt die eigentliche Bearbeitungsliste dort entsprechend bearbeiten könnte. Also diese drei Rollen sind im Moment soweit vorgesehen. Das war's, Frank, oder noch Fragen? Nein, es gibt noch eine Frage. Gibt es eine Alternative zur Cloud? Die ist im Moment, da müsste man sehen, also ist im Moment an der Stelle so nicht vorgesehen. Wir haben aber schon eine Anfrage an der Stelle, das müsste man dann im direkten Dialog mal klären, inwieweit wir da eine Lösung haben könnte. So, dann kommt noch eine Frage. Hier sehr klein, deswegen dauert das immer einen kleinen Moment. Die Frage ist, ob hier auch eigene Berechnungskombinationen eingepflegt werden können, also für die Eigenentwicklungen YZ-Transaktion eigenen Namensraum ist es vorgesehen, da ist es grundsätzlich auf jeden Fall möglich. Für Standard-Transaktionen ist es im Moment nicht vorgesehen, da dieses den kompletten DSAG-Prüfleibfaden enthält, ist im Moment noch keine weitere Variante vorgesehen. Wir haben auch schon das eine oder andere integriert in das QSCAN, wir haben zum Beispiel ISU-Regeln hinterlegt und solche, also es ist sehr, sehr umfänglich gegen das wir prüfen, wir müssen natürlich sehen, dass wir die Menge der Analysen, die wir durchführen, auch irgendwo im Griff behalten, denn wenn das dann hunderte von Seiten werden, dann ist das Ganze irgendwann auch mal hinfällig, denn das bearbeitet keiner, das ist unsere Erfahrung. Wir haben wirklich die wesentlichen Dinge, die aus den Erfahrungen der letzten Jahre, wo wirklich auch Prüfer dann darauf hingewiesen haben, die haben wir integriert in den Prüfalgorithmus, der aber wie gesagt mit Eigenentwicklungen natürlich angereichert werden muss, denn wenn Sie aus der F110 irgendwo eine Z110 machen, dann ist das auch Zahllauf, dann sollte das natürlich an der Stelle mit aufgenommen, das muss sogar mit aufgenommen werden. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht mehr. Okay, dann wünsche ich einen schönen Tag, schwitzen Sie nicht so sehr und ich hoffe auf eine Rückmeldung von Ihnen und wir melden uns wieder mit einem der nächsten Webinare, Sie kriegen dann wieder gewisse Informationen von der Frau Alice oder von uns, um sich letztendlich anmelden zu können zum Thema Berechtigung. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.